Hallo und herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Ich bin Mr. Cutter 4. Let's play in this Kaninchen. Und ich hab, boah, das ist diese, diese, diese Tatsache, dass sie Alan Wake hier mit reinbringen und dass Alan Wake ein echter Charakter ist sozusagen, mehr oder minder, oder dass das halt alles hier aufgegriffen wird, macht das so viel logischer, weil man hat ja, man hat ja in Alan Wake diesen einen Charakter, der eine super Fähigkeit hat, dieses Schaffen von Dingen, die er schreibt. Und, aber er war ja nicht alleine, es gab ja noch andere. In dieser Klinik gab es ja auch noch andere Leute, die ähnliche Fähigkeiten hatten oder auch super Fähigkeiten in Anführungszeichen hatten, die Rocker zum Beispiel oder der Typ, der gemalt hat, oder, 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 oder. Und jetzt haben wir an einem anderen Ort einen weiteren, der Superkräfte durch ein Event bekommen hat. Und das ist so ein bisschen DC-like, dass, dass die Welt im Endeffekt, du hast so diese einzelnen Punkte mit den Superhelden, die an sich erstmal so ein bisschen so haaa sind, aber dadurch, dass das alles so vernetzt wird, wird die Welt in sich schlüsselt. Oh, du bist Jack-Joyce. Beth! Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie nehmen ihn zur Bibliothek. Du kannst ihn trotzdem noch nicht holen. Warum hast du mir geholfen? Du bist mit ihnen. Es ist dann eher kompliziert. Schau, ich weiß nicht, ob du es kannst, aber du sollst schnell machen. Das ist die erste Mal, dass du Beth Wilder gesehen hast. Ja, aber definitiv nicht die erste Mal, dass sie mich gesehen hat. Will! Will! Oh, Zeitreisen! Okay. Es ist so Zeitreisen. Oh, da freue ich mich auch drauf, dass es so Zeitreisen ist, weil, ähm, das ist ja immer schon was, was ich bei Doctor Who fantastisch fand. Zeitschalter, oh. Oh, guck mal. Hallo. Ach, hier. Was? Es ist supposed to, William Joyce alive, wenn er nicht einen Krieg hat. Bitte, bitte, lass mich gehen. Ich kann den Scheiß aufhören. Aber einfach schau den Scheiß aufhören, okay? Boss sagt, geh ihn zu der Lager. Er will, dass er mit dieser Person beschäftigt hat. Können wir das nochmal angucken, wenn ich Bock hätte? Ja, aber das fand ich ja auch bei Doctor Who immer so fantastisch, wenn es da so Folgen gab, die, ähm, ja, ich sag mal so mehr oder minder in sich selbst immer wieder mit Zeitreisen hantiert hatten und sowas. Und das ist auch die ganzen großen Storys. Oh, guck mal, eine Periodic Table of Elements. What do we want with them? Das sieht auch richtig aus, sobald ich schon ziemlich alt ist. Leute, die letzte Reihe ist voll. Also die momentan letzte Reihe, die achte. Die achte Periode ist voll. Tiss, tiss, tiss. Also, ich bin ja enttäuscht. Also, das ist ja nur nicht aktuell. Okay. Ach, das wird immer noch weg. Ich bin total gehypt gerade und bin total ge... Oh, hallo! Uh, 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 uh! Wusch! Hihihi! Was? Wie geil! Wie geil! Alter! Okay, okay, okay. Ah! Uh, Gott! Oh, Gott! Okay, ich muss mal ein bisschen... Oh, Gott! Oh, Gott! Warte, warte, warte! Lass mich mal! Hallo! Ähm... Au! Wieso schießt du denn nicht? Oh, kacke! Unser erster Tod! Yay! Ich muss erst mal wieder reinkommen. Die Pause war nicht gut. Hihihi! Ich muss... Wie war denn dieses... Ich hatte doch dieses... Ähm... Warte mal, ganz kurz. Ich muss mal gerade ganz kurz nochmal gucken. Wie war denn diese eine Zeit... Stopper? Ach, mittlere Maustaste. War das, glaube ich, unter Steuerung? Ich glaube, mittlere Maustaste war das, was ich... Wie er muss... Dabei. Hallo! Schönen guten Tag! Ja. Wusch! Schön, dass der den Typen übrigens selbst erschossen hat, ne? So, jetzt werfen die mir eine Granate. Okay. Ne, wirf mal keine Granate. Aua! Au! Kann ich mal bitte wieder meine richtige Waffe haben? Ah! Thanks for the help. Nope. Ah, ich hänge fest. Hallo? 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 Das muss ich noch ein bisschen besser üben. Wo ich das reinwerfe. Oh. Nix! Hallo? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe, er ist den Stift schon gezogen. Oh Gott! Nein! Das war aber unschön. Ja, mach mal. Das muss ich alles nochmal üben. Oh mein Gott! Pures Chaos! Pures Chaos! Ich weiß nicht, ob ich die nehmen sollte mal. Ist das hier? Ich möchte auch Granaten haben. So. Gibt's hier noch irgendwas, was ich... ... Better keep Mercury Das wird Sinn machen. Wird diesen Arschluss in die Bibliothek? Der Arschluss ist bereits initiiert. Der Arschluss ist bereits initiiert. Eine Zeitmaschine? Hast du die Zeitmaschine genommen? Hey, hey! Ich sagte es nicht. Das muss ich alles nochmal üben. Ich frag mich zum Beispiel auch, was das bewirkt mit diesem Zeitstopper und so'n Kram. Ich treff damit ja recht schlecht die Gegner? Okay, was? Was? Oh Gott. Warst? Ich würde sagen, wir wuschen mal ganz kurz hier rüber. Dankeschön. Ähm, da können wir wieder einen Zeitstopp auslösen. Mach mal da. Oh Gott, ich kann da nicht durchschießen? Wieso kann ich... Oh. Seit wann explodiert das? Was ist ein Maustaste 2? Hallo. Meine Munition ist alle... Warte mal ganz kurz, ich muss mal... Was hast du denn da die Wand an? Kann ich dir ins Gesicht treten? Okay. Ich nehme mal ganz kurz die. Ich will die mal ausprobieren jetzt. Hier ist doch noch irgendjemand. Wo? Warte. Da unten. Okay. Kann ich euch vielleicht überraschen? Von hier oder? Hallo. Du gehst nirgendwo hin. Wieso explodiert... Wann explodiert das? Wann... Oh Gott, sind da viele. Sag mal. Ist hier irgendwas... Was ist denn hier für ein Kriegsgebiet gerade entstanden? Hallo? Da hinten. Okay. Ich frage mich, wie ich das beeinflusse, dass das explodiert. Ha. Wir nehmen euch mal ganz kurz diese Waffe. Wir gucken uns später morgen. Hallo? Wo seid ihr? Da hinten. Oh Gott. Oh Gott. Was wirft denn hier einfach so Granaten? Das ist einfach nur Nirvana. Zum Glück sind das Elite-Soldaten, gegen die ich hier kämpfe. So. Wo seid ihr? Da hinten. Guck mal. Von da hinten kommt da. Oh Gott. Das war aber doof. Hallo? Den habe ich ja zersiebt. Oh. Jetzt explodiert es. Hä? Na ja. Okay. Ich muss nach der Bibliothek gehen. Keine Zeit, um zu verlieren. Ich muss nach Will. Ja, ja. Ich glaube, ich habe mehr als genügend Zeit. Ich weiß ja auch noch nicht, wer der Charakter ist. Ich meine, ihr habt garantiert bei mir das schon geschrieben. Und im Vorfeld schon mal danke, sofern ihr mir das geschrieben haben solltet. Kann ich denn hier... Was ist das? Ja, das ist volle Munition. Wieso rammle ich keine mehr auf? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie schon wieder was vergesse und übersehe. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie schon wieder was vergesse und übersehe. Ja, ja, wir gehen doch schon. Hier noch. Stimmt. Nicht? Da drüben? Hier? Ja, gut. So. Wääääh. Es ist eine Stimme. Ich muss nachdem, was ich da zurückkennen. HQ, wir haben Will and Joyce in der Stimme. Wir haben die Stimme. Will. Sie haben ihn in der Stimme. Warum? Ich muss mich in der Stimme. Ich muss mich in die Stimme. Warum? Warum in die Stimme? Woher kommt das von? Hallo, kann ich hier noch irgendwas tun? Da oben geht's weiter. Oh, da vorne hat was geleuchtet. Was ist das? Ganz kurz, zu mir, äh, lass noch mal. Ich muss mal gerade ganz kurz kurz gucken. Irgendwie, aus mir nicht empfindlichen Gründen, ist das Spiel jetzt auf links gestellt. Und das kann ich nicht ab. Das kann ich nicht ab. Wie geht das denn? Hier, das hier, das jetzt auf der anderen Seite ist, wie ändere ich das denn? Ich möchte das nicht. Mano! Oh, das ist ja ätzend. Na gut, müssen wir mal gucken, dass wir damit erstmal zurechtkommen. Da hoch. Da lang, okay. Kann ich denn hier rüberspringen? Ah, ich bin, ähm, falsches Spiel, scheinbar. Assassin's Creed. Warte! Kann ich das hier verwenden? Wie komme ich denn da hoch? Kann ich hier hoch? Ah, ja. Das ist ein guter Weg. Ja, wenn du hier rü... Ja, hoch, hopp. Genau. Oh, komm mal, wir haben nicht genug Zeit für das. Nein! Oh, nö! Ah, ich weiß wie. Wir haben doch... Ja, wir haben doch die Möglichkeit. Er ist nicht gesprungen! Da, kleiner Hüpfer! Ich weiß, ihr Menschen seid nicht so viel hüpfen und springen, aber... Hallo? Wäre ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen mitmachen wäre ganz cool. Ah. Ich bin gespannt, was uns da drin erwartet. Denn mal ganz ehrlich, das ist schon skurril, dass sie die in die Bibliothek bringen. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das skurril. Und irgendein... Oh. Wollte ich gerade sagen, irgendjemand ist noch bei uns... Also, irgendjemand ist noch auf unserer Seite. Wer hat da geschossen? Und sie hat uns nicht das erste Mal gesehen? Hier ist doch irgendeine richtig abgefuckte Zeitreisen-Scheiße unterwegs. Ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Die Bruder ist bereit, um zu fallen. Ja? Hallo? Wo bist du? Bist du weggelaufen? Ach, guck mal, da kommt sie. Hallo? Was hältst du davon? Ich weiß nicht, ob du explodierst diesmal? Nö. Naja. Explosionsfähigkeiten ist ja auch was unterschiedliches. Ich komm mal runter. Ich komm dich mal besuchen. Pass auf, ich mach mal ganz kurz den. Und streu dir mal ein bisschen Kugeln ins Gesicht. Uh, ne Großkaliberpistole. Na, die nehmen wir doch gerne mal mit. Aber wo ist unser Bruder? Alter, Finne. Die macht aber ordentlich Bumm. Ne, die möchte ich erstmal behalten. So. Finde Will Turner. Da vorne ist irgendwas. Oh, hier? Aha. Warum hast du mich hier genommen? Ja, das wissen wir schon. HQ, wir haben William Joyce in der Bibliothek. Warten, über. Das hatten wir schon. Das ist nix Neues. Oh, was? Da ist ein Gegner? Das ist ne Bombe? Ist das ernsthaft ne Bombe, die da steht? Ich möchte gerne hier durchklettern. Geht das? Das will ich nicht. Das sind Zangs. Kann ich die in die Luft sprengen? Hallo? Jack, run! Ach, Mann, Leute. Oh, Gott. Steuerung. Wuhu! Geile Scheiße! Oh, cool! Und dieser Kampf wird richtig schief laufen. Und deswegen mache ich hier erstmal einen Cut für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer sehr viel Spaß haben, das Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke! co does? Für für ein wenig öfter? seed